Am 12. September 2013 ist in Bernsdorf nach umfangreichen Umbau- und Sanierungsarbeiten das Rathaus wieder offiziell eingeweiht worden. Rund 2 Millionen Euro wurden investiert. Über die Historie des Bernsdorfer Rathauses ist bisher nicht allzu viel bekannt. Aber mit dem Umbau konnte das eine oder andere Puzzlesteinchen gefunden werden. Mittlerweile gehen die Experten davon aus, dass das Gebäude um die 400 Jahre alt sein könnte.